Die Arbeit in der Region ist eigentlich das Wichtige und der Arbeitgeber schafft diese Arbeit und so gesehen partizipieren eigentlich alle davon und die Region lebt durch die Arbeit. Die Arbeitgeber sind einfach wichtig. Es ist der armeiste Stellenwert, weil ohne Arbeit haben wir alle keine Einkommen und haben alle ein sehr viel schwierigeres Leben natürlich. Na ja, ich sehe einmal, das sind die braven Esel, die den ganzen Kahn in Österreich ziehen. Ich möchte halt, dass meine Angestellten zufrieden sind und auch schätzen, dass sie so einen Chef haben wie ich, weil ich bin total von mir aus gesehen ein guter Chef. Ich finde das gut, dass man einmal sieht, was die Unternehmer leisten und dass die Unternehmer sehr wichtig sind, weil wenn es keine Unternehmer gibt, wird es auch keine Arbeit geben. Wir haben 20 Mitarbeiterinnen, die wir beschäftigen, sehr viele Lehrlinge ausbilden, was mir auch sehr wichtig ist und dann muss man natürlich auch so etwas unterstützen. Der Arbeitgeber soll auch geschätzt werden, weil du kriegst ja nicht still. Er nimmt ja sehr viel Risiko, die ganze Warnisse und so weiter. Der Mitarbeiter steht auf, geht arbeiten und geht irgendwann wieder heim beim Arbeitgeber. Da hört es natürlich nicht auf um fünf Uhr, sondern wird später und so weiter und deswegen ist auf jeden Fall das zu schätzen. Was wäre der Tag der Arbeit ohne Arbeitgeber? Zeigen auch Sie Flagge zu Ehren der 33.000 Unternehmerinnen und Unternehmer in Kärnten am 30. April, dem Tag der Arbeitgeber. Gewinnen Sie Urlaubsgeld für Relax-Tage in Kärnten. Näheres unter tagderarbeitgeber.at .